Liebe Siegerinnen und Sieger vom WTD Young Leader Award, auf dieser Stelle hören Sie heute Abend für ein gemeinsames Foto für unser WTD Magazin. Leider ist das ja nicht möglich, wir hören selbstverständlich auch anstossen auf Ihre Tonleistung, die Sie gezeigt haben in diesen Projekten. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Ihnen heute gratulieren dürfen. Das mache ich im Namen der IHK, der Gallen Appenzell. Sie haben in der Kategorie Marktforschung, Managementkonzeption und auch eine Gruppe mit Publikums Award eine ganz tolle Leistung gezeigt. Und zwar für das Team Geburit North America, das Team Broderatis und nochmals Team Geburit Vertriebs AG. Mehr als IHK steht für 554 Jahre Ostschweizer Wirtschaft, Wirtschaftsgeschichte. Aber wir schauen vor allem auf die Zukunft. Und darum ist es so wichtig, dass Junge wie Sie sich engagieren und Spitzenleistungen zeigen können in Ihren Gebieten. Ich freue mich ganz besonders aus drei Gründen, dass ich Ihnen heute gratuliere. Erstens will ich vor 27 Jahren auch an dieser Stelle gestanden wie Sie, leider doch nicht als Sieger. Ich bin ein Absolventer. Ich bin ein Absolventer. Ich habe auch St. Gallen, das ist die Vorgängerschule von Ihrer Wirtschaftsausbildung an der Fachhochschule Ost. Zweitens will ich mit Ihren Unternehmen Geburit und auch Prodatis mehr als IHK sehr eng verbunden sind. Als Mitglied oder eben auch mit Prodatis als eng verbundenes Unternehmen. Und so wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg auf Ihren Berufsweg in Zukunft. Einladen Sie auch im Namen der IHK, sagt Gallen, am 15. November 2021. Im Rahmen unserer Grossveranstaltung Zukunft Ostschweiz in der Olmenhalle teilzunehmen. Sie werden dort auf fast 1'000 Unternehmerinnen oder Unternehmer aus der Ostschweiz treffen. Es ist der Wirtschaftsanlass in der Ostschweiz schlechthin. Es ist mir eine besondere Freude, wenn Sie dann auch dabei sind. Wir gehen davon aus, dass wir dann diesen Anlass führen können. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Durchhalte Ihnen, Konzentration, Fokussierung in der Arbeit. So wie Sie es bei Ihren Projekten gezeigt haben. So werden Sie eine erfolgreiche berufliche Laufbahn vor sich haben. Alles Gute. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.